so Jungs Liga 2 Liga 2 jetzt gibt es aufs Fressbrett also für die anderen 8 0 Liga lang das wird jetzt ein Durchmarsch in Liga 1 90, 60, 90 oder auch am Klippler vorbeifahren oh nachtspiel nacht kann ich nicht spielen ich habe Pultock nachmüde ich hab nacht müde Trinko verwirren heuer das ist die Zitronen Schöne die Zitronen Schönen Achenbach ein paar Jahre da sie ist Oho Junge Junge wie man dort immer nach der Ecke einfach an der Eckfahne steht und guckt was passiert anstatt einfach mal loszulaufen mit Achtung in die Mitglieder singen jawohl nachtspiel aber schockst du mich weg also damit erklären kann Alter 2 ich hab hier 2 so was wäre es der schiedsrichter lässt sie und die spieler nutzen das aus jetzt ist die mauer doch ein stück näher dran am ball jawoll lauf sich lauf vorerst lauf ich hab die haare schön ich war beim friseur feuer das war ein spiel zack jawoll nicht leon alle keiner freut sich für leon äh ich war doch vorne weil ecke war und danach hat patrick den ball zurück erobert und zu marcel gespielt der kommt schon wieder nur mit ausreden oder ja ich habe von den besten gelandet werden mit dem stück tritt die ich bin wir können es nicht und spieler zwischengegangen ohne erholt dahin selbst stellt sich nochmals bilden freund ich will nicht so weit rennen kurze pause aber ich krieg die farben gerade nicht also ich habe den ball gar nicht mehr gesehen also ich hatte endlich andere trikots anziehen steig gespielt gute idee aber ich habe auch noch mal gemacht wird was weiß ich wir wollen wir weg gespielt wird aber auch gut machen dann wird es schluss das ist ja ich hab mir so schwer die farben ist schwer ja dann wenn du dich wirklich nach oben gucken kannst du zum blickwinkel was macht denn ich bin fußball und wie schön noch mal aber durch die reine umfassig war ein bisschen so aufgeregt auch was mach ich da wäre fast dringeputel aber nicht mehr bieten ich bin ich bin erinnert ich hab sie nach vornal ab und du brauchst er hinten erholt ja ich muss nicht wo ich stehe es soll konnte man doch wohl so war doch alles cool ja wenn wir jetzt deutschen nationalmannschaft werden dann würde ich das ja verstehen ich schon wir doch ich bin im bade ich habe eine idee kapitän der bot da war noch im netz gespielt kein abschneiden ein wobei zu das abfällt aber selbst dann haben wir nicht was du ja in den augen absetzt der schielt vieler gewissen heute wird doch viel an muss man einfach können so ist der Ball gleich weg er ist so ein Teil der Verein einfach mal wie der Spieler heißt das könnt gefährlich werden heul doch nicht du Mädchen lasst uns rennen, lasst uns rennen, was macht ihr? ja der wollte gerade einbiegen und nicht abseits was hast du? Patrick sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der Abwehr wird das nicht leicht superflanke auch also passiert noch mehr Chancen kann ich hier doch fast vorhin geben aber was macht ihr noch Wort? ja ich hab gefordert dass er mir nach hinten köpft aber nicht so ein Scheiß ja ich hab gefordert dass er mir nach hinten köpft aber nicht so ein Scheiß ja ich hab gefordert ne 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 weiter weiter nein es war abseits die Fahne ging direkt hoch was machen die denn da rechts unten alter? die rammel sich zu dritt da um lasst du doch machen wir spielen doch eh auf der rechten Seite da kriegt die Rennung Masino ne man ist schon da aus dem Weg kommen aber vorlaufen ne eine Minute ne Abschluss ja und labern ist so niss ehrlich Maffelgeweide an raus kannst du auch zu mir hin verkaufen ja das hat ich eigentlich vor aber Fifa Fifa will anders ich denke die man mal mit spiele der müller jung wenn die wirklich mit dem rücken zu einem stehen unsere spieler siehst du nicht wahnsinn guck dir guck dir bitte unsere schwester an hat dann steht aber ganz dass er englisch die konzentrierst dich auf den ball du siehst einfach nicht ob neben dir einer von dir ist oder der gegner geschreift spiel doch die bots sind alle 80 der innenverteidiger ist 83 und der linke mittelfeld ist 80 das kannst du nicht vergleichen weil du bist bei nur auf dem bildschirm bis zu 72 ja das sind ja die merkannte auch nicht wichtig ist das lehrt und das jetzt gesehen hat genau das war ich bin statistiker wenn das so ein schönes lied und jetzt geht es weiter wir hätten das tor gesehen bei ihr nicht bis zum bis zum es geht alter m m schön gespielt jawohl geschehen auch wenn er mit der Karte ganz klar sich lang geschossen oder was zu tun hat nicht sagt die Städte die Wütschersatz die Kinder haben wir haben wollen im Stichsten Sommer Kupfer wie ich stehe gestoß auf die Städte Nürnberg 3 links eingestellt aber rechts eingestellt und stößt von links und feuerung trägt was ich auch nicht und das ist ein bisschen nachdem ich weiß dass wir noch mal kurz rumspielen scheiß drauf ob er tot ist oder nicht Hauptsache wir kriegen dafür genau Hauptsache wir schießen das Tor nicht tun ich bin die Städte Städte links Alter hat er noch etwas angestellt Armin Tor zeigt mir auch ein feil nach der links sich verschießen weil besitzer da hat irgendjemand gerade gedrückt deswegen steht schon nicht von rechts nach links ich sag es nur ja ja auch stehen wir den reger zu flach einer kopf aufs steuerkreuz gehauen wir sind kapitän ich vermute das passen sechs schüsse nur ein tor also ich bin noch von dem städt ich stehe auf immer links ich weiß nicht warum ist auch scheiße links und hoffte auf julien wer schon kugel wer wäre ich lewandowski ich halte die gelegenheit und trotzdem was machen wir feuer und schluss schluss 2 tode alter hier ich bin der Bruch und dort schweizende und mein Volk hat die da gibt gut die Brüder der Bedeutung ein nein nein abgelehnt was soll ich sein ich bin auch nicht weil wir auch die der Geld die Brüder der Klinik ich bin in deine füße rein geraten links außen links aus der abstand die haben es gesehen dass ich da stehe ich 1 91 schade habe es nicht richtig gesehen also ich habe ich wollte es nur erwähnen ich habe 115 kilo ja weil ich habe ich habe dann sehr viel balance hat man ja gesehen sie bis wegen gestoppt als die nicht gefallen weil ich nach nach rechts schiebe und danach links schießt nach schaden vorjahr weiter und ein vorgemacht 20 minuten zu spielen haaach ohne ehrhoff kann man inzwischen gut weitergeleitet sie mit der lage sehen der trainer verwechselt der oma hat auf der tribüne gewunken das war doch bei der fahrrad schul! schul schul! schade Mann, hier setzt die Kontaktlinse rein der reingeköpft die Grünen Di-Time seppe? sepp! da war er noch gerade ab bei spiele war vorher in der gegnerkabine so wie es bei uns professionell also mit lothar gequatscht ja ja diskutieren die so lacht für ein spiel noch also scheiße sein hier verpasst defensiv ist gut da kommen sie nur schwer durch jetzt darf ich noch ein beweis das machte meiner darum legt er sich hin müde er hat gegen die flügel oi taul der hat schon gelb auch wie cool er mit ehemann ist wirst du lang greift so wie es im reimer hallo willst du mir die schulter mal ziehen oder was sehr schön super flanke machen wir noch mal gut aufgepasst in der Arme, das hätte gefährlich sein können. Schöne Flanke! Lewandowski! Da bin ich ein ungezählt jetzt! Dreh dich um, schieß! Flanken wieder! Ah, sorry! Alter, Flankentraining, zwei Wochen, nichts anderes. Deswegen, das Ding hat falsch erschienen. Innenverteidiger! Innenverteidiger! Dann verpisst dich da vorne! 92! Egal, du hast zwei Spiele Zeit jetzt. Passt hier wieder? Das war so geplant. Boah! Was für ein Traumpass! Mach's alleine! Passt hier! Leon! 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 Ich hab eher gedacht, du kannst wieder rauskriegen. Das ist mein Signatur! Jawoll! Einmal frei, dass du mal auf Takt nach Mars, Junge! Wer hat das erste Tor in der zweiten Jahr geschafft? Jawoll! Halt's Maul! Da bin ich, da bin ich!